Das ist ein bisschen Kiffstück. Ja, jetzt brauche ich auf jeden Fall so einen kleinen Torx. Wer müsste eigentlich gehen als Vorsteller? Ja, das ist sehr gefährlich. Ja, das ist sehr gefährlich. Ja, das ist sehr leicht. Gut, das muss ich sagen. Tina? Was hast du für Werkzeug? Ja, das ist eine Sorte, wo man von zwei Seiten eine Gewinnerstange einschrauben kann. Ach so, ja. Nein, so etwas langes, was man für Spaliere verwendet. Yeah! Ja, das ist... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.